Zu meiner Linken sehen Sie Pernjas Binczek, der zum zweiten Mal Gastautor des Jahrbuchs Sucht ist und sich diesmal mit Unterstützung der Dieter Menckes Umweltstiftung, ich betone das, weil das ihm und uns eine große Unabhängigkeit erlaubt, in diesem Fall einen sehr aktuellen Beitrag zum Thema TTIP veröffentlicht hat, einen Originalbeitrag im Jahrbuch Sucht. Wir sind sehr froh und glücklich, dass wir ihn haben und dass wir ihn als Einzige haben, im Moment zumindest. Wir haben ja auch von uns mit spannend erwarteter Beitrag zum Thema TTIP und Rauchen. Wir haben gerade gestern und in den letzten Tagen viel gehört zum Thema TTIP und Lebensmittelsicherheit und TTIP und deutsche Autoindustrie. Was hat das Rauchen damit zu tun? Das habe ich eben jetzt in einem längeren Beitrag im Jahrbuch nacherzählt. Ich habe aber auch nochmal die Dokumente durchgelesen, die gestern publik geworden sind und den aktuellen Verhandlungsstand, also vor der jetzt 13. Verhandlungsrunde dokumentieren. Wir sehen, dass gerade im Agrarbereich große Probleme bestehen, weil die Amerikaner letztlich das Vorsorgeprinzip der EU in Frage stellen möchten, dass bestimmte Produkte mit unklarem Risikoprofil, Stichwort Gen-Mais oder Hormonfleisch oder Chlorhülchen, auf dem europäischen Markt zugelassen werden. Wir sehen aber auch, dass über ein Produkt gesprochen wurde, dessen Risikoprofil wir sehr genau kennen, nämlich über alkoholische Getränke. Und da macht sich die EU Sorgen, dass die Herkunftsbezeichnungen von bestimmten Weinanbaugebieten wie Champagner oder Chianti erhalten bleiben, nach dem Krafttreten des Freihandelsabkommens. Und die US-Regierung macht sich Sorgen, dass auf Whiskyflaschen keine Haltbarkeitsdaten angebracht werden sollen. Das möchten die nicht. Erkennbar keine Rolle gespielt bei diesen Verhandlungen haben bisher Gesichtspunkte der Suchtprevention. Und überhaupt keine Rolle gespielt hat eine andere legale Droge, der Tabak, die also mehr Todesopfer fordert als jede andere Droge, die wir konsumieren. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Tabak war und ist der größte Stolperstein beim transpazifischen Freihandelsabkommen. Das transpazifische Freihandelsabkommen ist im Oktober letzten Jahres von zwölf Unterzeichnerstaaten ratifiziert worden. Und es hat hier eine heftige Kontroverse im Vorfeld darum gegeben, wie man mit Tabakprodukten umgeht. Malaysia hat darauf bestanden, dass der Handel mit Tabakprodukten aus diesem Freihandelsabkommen ausgeschlossen wird. Und die Amerikaner beziehen sich jetzt in den Verhandlungen mit den Europäern immer wieder auf das pazifische Abkommen. Aber über diese Tabakklausel ist bis heute noch nicht gesprochen worden. Warum hat die malaysische Regierung so viel Nachdruck darauf gelegt, dass Tabakprodukte ausgeschlossen werden? Dafür müssen Sie einen Blick in die Geschichte der Handelspolitik werfen. Und da sehen Sie, dass zwischen der amerikanischen Tabakindustrie und dem US-Handelsbeauftragten sehr enge traditionelle Beziehungen und Kontakte bestehen. Beide, die US-Regierung und die US-Tabakkonzerne, haben in den 80er Jahren darauf hingewirkt, dass in Südostasien Importzölle und andere Handelsbeschränkungen gefallen sind in Staaten wie Südkorea, Taiwan, Japan, Thailand. Und einmal mit der Drohung von Handelssanktionen, zum anderen eben unter Berufung auf das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT. Diese Drohungen waren erfolgreich. Das kann man nachlesen in einem Studie des amerikanischen Rechnungshofes, die 1990 diese Geschichte rekapituliert haben und nachweisen, wie diese Handelspolitik dazu geführt hat, dass in Ländern wie Südkorea und Taiwan der Zigarettenkonsum ansteigt. Der klassische, lehrbuchartige Effekt, wie wir klassische Ökonomen vertritt, mehr Konkurrenz führt zu mehr Wettbewerb, führt in diesem Fall zu mehr Tabakwerbung, führt zu niedrigeren Zigarettenpreisen, führt dazu, dass neue Zielgruppen für den Tabakkonsum erschlossen wurden, Frauen, Jugendliche in diesen Ländern. Der Punkt ist hier nur, dass eben mehr Wachstum nicht gleich mehr Wohlstand bedeutet, sondern mehr Tabakdote. In dieser Geschichte gibt es noch ein anderes markantes Datum und das ist das Jahr 2010. Seit 2010 ist Philipp Morris dazu übergegangen, sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse juristisch anzugreifen. Nicht-tarifär heißt, es hat nichts mehr mit den Tarifen, mit den Zöllen zu tun. Es geht also nicht mehr um die Diskriminierung von einheimischen und importierten Produkten, sondern es geht um Gesetze, die einheimische und importierte Produkte gleichermaßen betreffen. Wie zum Beispiel in Uruguay 2010, dort hat die Regierung beschlossen, dass die Warnhinweise, die bildlichen, auf 80% der Zigarettenpackung vergrößert werden. Australien 2012, da hat die Regierung beschlossen, dass Einheitspackungen für Zigaretten eingeführt werden. Beides hat die Tabakindustrie juristisch angefochten. In beiden Fällen haben die nationalen Verfassungsgerichte gesagt, diese Gesundheitsgesetze, Gesetze zum Verbraucherschutz sind rechtmäßig mit unserer Verfassung. Und nun kommt Philipp Morris und greift zum einen auf Regularien der Welthandelsorganisation WTA zu, zum anderen auf bilaterale Handelsabkommen und sagt, wir wollen Schadensersatz haben. Und beide juristischen Auseinandersetzungen, die jetzt gegen Australien angegangen wurden, sind bis heute noch nicht abgeschlossen. Ich sage das deshalb, weil es auch in Qualitätszeitungen deutscher Herkunft andersartige Meldungen gegeben hat. Die sind irreführend. Diese Prozesse laufen noch und es ist nicht absehbar, wie sie ausgehen. Und das ist wunderbar für die Tabakindustrie. Je länger sich solche Handelsverfahren hinziehen, umso größer ist der Zeitraum, den die großen Unternehmen, Philipp Morris, der Marlboro-Hersteller, British American Tobacco Logistics und andere nutzen, um Drohbriefe zu schreiben. Drohbriefe an andere Regierungen, die auch neue Regelungen zum Verbraucherschutz verabschieden wollen und nun Post bekommen, in der drin steht, wenn ihr das tut, dann müsst ihr mit Schadensersatzklagen rechnen, siehe Australien, siehe Europa. Die New York Times hat im letzten Jahr eine Sammlung solcher Drohbriefe publik gemacht, in ihrem Online-Archiv. Die Empfänger sind Gesundheitspolitiker von El Salvador über Jamaika, Togo, Moldawien bis Nepal. Und Sie können sich vorstellen, was in diesen Ländern, die keinen Top-Juristen in ihren Ministerien haben, los ist, wenn eben von den entsprechenden Anwaltskanzleien oder der amerikanischen Handelskammer oder von Top-Managern der Großkonzerne, solche Briefe eingehen. Und wenn Sie sich die Briefe mal genauer anschauen, dann sehen Sie, dass da drin zum Beispiel steht, wenn ihr Verpackungsvorschriften erlassen wollt, dann verstößt das gegen das internationale Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums. Abgekürzt TRIPS seit 1994 in Kraft. Der Clou an dieser Drohung ist, dass diese Behauptung juristisch unhaltbar ist und dass die Tabakfirmen das auch wissen. Die haben nämlich damals, als das TRIPS-Abkommen absehbar war, unabhängige Fachjuristen mit Gutachten beauftragt, um diese Argumentation zu prüfen. Und das Ergebnis dieser Fachjuristen war eindeutig. Markenschutz heißt, dass Dritte die eigene Marke des Patentinhabers nicht ohne dessen Einverständnis nutzen können. Markenschutz heißt nicht, dass der Patentinhaber, der Rechinhaber mit seiner Marke tun und lassen kann, was er will. Dafür gibt es keine Garantie. Obwohl Sie also auf juristisch dünnem Eis sich bewegen, verschicken Sie nicht nur diese Briefe, sondern Klagen auch auf dieser Grundlage. Weil Sie wissen, dass sich diese Prozesse lange hinziehen und dass man bis zu einer endgültigen Entscheidung sehr viele Regierungen damit unter Druck setzen kann. Und diese Möglichkeiten werden natürlich jetzt vervielfältigt durch die bevorstehenden großen Freihandelsabkommen. Dazu gehörte eben das Transpazitische und das Transatlantische Freihandelsabkommen. Malaysia wollte deshalb Tabakprodukte ganz ausschließen, die Amerikaner waren dagegen. Man hat sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Unterzeichnerstaaten des Transpazifischen Abkommens können die Option wählen, Tabakprodukte aus den Schiedsgerichtsverfahren auszuschließen. Bei anderen Abkapiteln, zum Beispiel regulatorische Zusammenarbeit, ist die Tabakindustrie noch im Boot. Trotzdem behagt diese Ausschlussklausel für Tabak insbesondere den notorisch bekannten US-Senatoren aus den Tabakanbaugebieten in den Südstaaten der USA nicht. Es könnte sein, dass an diesem Thema das ganze Transpazifische Abkommen scheitert, weil die Mehrheitsverhältnisse im Kongress und im Senat, die das noch ratifizieren müssen, sehr, sehr fragil sind. Gemessen an der Bedeutung, die Tabak jetzt bei diesem Modell für TTIP hat, ist es erstaunlich, dass bei TTIP bisher noch gar nicht drüber gesprochen wurde. Erstaunlich, solange man sich nicht mit den Lobbyprozessen in Brüssel beschäftigt. Denn dann sieht man, dass die Tabaklobbyisten von Japan, Tobacco, British American Tobacco, Philipp Morris, sich bei der EU-Kommission die Klinke in die Hand geben. Und sie möchten auf jeden Fall verhindern, dass es in dem europäischen Freihandelsabkommen, egal welcher Provenienz, keine Ausschlussklausel für Tabakprodukte gibt. Und unter der Hand hat die Generaldirektion Wirtschaft den Konzernen auch zugebilligt, nein, nein, das wollen wir auch nicht. Warum möchte die EU-Kommission das nicht? Das herauszufinden, da kommt man an die Grenze des journalistisch Machbaren. Man kann, wie meine Kollegen von Cornwood Europe Observatory, über Informationsfreiheitsgesetz klagen und nach langen, langem Prozedere mit Unterstützung der Ombudsfrau in Brüssel dann Dokumente wie diese hier bekommen. Das sind Dokumente, die zum Beispiel die Besprechungen zwischen British American Tobacco und der EU-Kommission belegen. Und hier können Sie dann nachlesen, was dabei an Informationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Das sind also sehr viele Seiten Texte und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, sie sind fast alle schwarz bis auf die Schlussseite, aus der hervorgeht, dass man sich doch gegenseitig dazu gratuliert, wie wunderbar harmonisch die Gespräche verlaufen sind. Dass die Kekse lecker waren. Herr Jaspitzik, die bayerische Verbraucherschutzministerin hat gestern gefordert zum Thema TTIP, Verbraucherschutz ist nicht verhandelbar. Was fordern Sie? Also ich fordere, dass sich Journalisten mit so etwas wie diesen Gesundheitsklauseln beschäftigen. Weil die sind nicht nur im bilateralen Abkommen drin, auch im GATT, auch in den Entwürfen für TTIP. Jetzt im Bereich Agrar findet man eine Klausel, der Freihandel soll den Schutz der Bevölkerungsgesundheit nicht beeinträchtigen. Wenn Sie sich damit beschäftigen, so wie ich das gemacht habe, dann sehen Sie, dass in allen Prozessen vorher diese Gesundheitsklauseln überhaupt nichts gebracht haben. Die Industrie hat trotzdem geklagt, die Schiedsgerichte haben das trotzdem angenommen. Deshalb fordere ich, wie die malaysische Regierung, dass man Tabak komplett aus dem Freihandelsabkommen ausnimmt. Eine Ausschlussklausel. So wie man das für andere Produktgruppen auch gemacht hat. Zum Beispiel Waffen. Die nächste Forderung die man aufgrund der Erfahrung mit den Tabakkonzernen aufstellen muss, aus meiner Ansicht nach. Das ist die Forderung, die auch der Deutsche Richterbund aufgestellt hat. Dass wir nämlich komplett auf diese Paralleljustiz innerhalb der Freihandelsabkommen verzichten. Da können wir auch gerne gleich noch mal drauf eingehen, warum und wieso der Richterbund das fordert. Man kann viel für den Freihandel tun, indem man zum Beispiel die Blinkerfarben anpasst oder Zölle abbaut. Aber dafür braucht man nicht diese Riesenabkommen, zu denen Parlamentarier dann nur noch komplett Ja oder komplett Nein sagen können. Und für die Suchtprävention ist die Gefahr, die mit diesen Abkommen verbunden ist, einfach unkalkulierbar oder fast schon kalkulierbar zu groß. Denn das, was die Tabakindustrie vorexerziert hat, das haben Branchen wie die Alkoholindustrie in der Geschichte der Präventionspolitik immer nachgeahmt. Darum die dringende Bitte, Forderung, Konsequenz, Nein zu diesen Parallelgerichten. Ob die nun Schiedsgerichte heißen oder Handelsgerichtshof, macht hier keinerlei Unterschied. Gut, vielen Dank. Und das war es von uns in freier Rede. Kommen wir zu Ihren Anfragen. Bitte. Danke.